Und Achtung, Start! Start zum Lotto, alles ist möglich, Rennen IBF Meidenstakes, die jüngsten Teilnehmer hier erstmals auf der Bahn zu bewundern. Dann das Kommando sicherte sich, sogleich Pegas mit Jean-Pierre Lopez, außen sieht man Ustana, an der Innenseite folgt Oldark, dann an der Außenseite Libanon vor Zagoya und am Ende des Feldes sieht man bei Vatoria. Die Gegenseite ist erreicht, Pegas an der Spitze, außen Ustana, innen Oldark, so die ersten drei, dann sieht man an der Außenseite Libanon vor Zagoya und bei Vatoria. Mitte der Gegenseite unverändertes Geschehen, das Feld ein wenig auseinandergezogen, einzig Pegas hat einen Vorteil von gut drei Längen gegenüber Ustana, innen Oldark, außen Libanon, dann zwei Längen zurück, sieht man Zagoya außen und innen bei Vatoria. Der Schlussbogen ist erreicht, weiterhin hat Pegas hier die Spitze, innen pirscht sich Oldark, an außen sieht man Ustana, dann folgt hier Libanon in vierter Position. In Kürze hat das Feld den Schlussbogen durchlaufen, weiterhin liegt hier Pegas, klaunt deutlich an der Spitze, hat einen Vorteil von zwei Längen, nun dürfte Ustana eingesetzt werden und auch Oldark. Die Endgerade ist erreicht, Pegas und Jean-Pierre Lopez an der Spitze, die haben einen Zwischenspurt eingelegt, liegen hier nun einige Längen vor dem Feld. Pegas mit der Jean-Pierre Lopez an der Spitze, die haben einen überlegenen Vorteil, 200 Meter vor dem Ziel und der Vorteil wird auch noch größer. Für Programm Nummer 6, Pegas mit Jean-Pierre Lopez, die gewinnen die IBF Meidenstakes. Pegas gewinnt hier vor Programm Nummer 2 bei Vatoria und Programm Nummer 3, Oldark. Wer hat das Publikum, der vorläufige Einlauf lautet, 6, 2, 3, 1, 4. 6, 2, 3, 1, 4. Einlauf vorläufig. Das vierte Rennen Euro Millionen Reich als Reich Trophy, Super 6 Wette Checkpots. 2.879,99 Euro ohne Programm Nummer 4, Like Simoni. 3.879,ven